Ruhigendem Vorsprung bereits auf Nikolai Martzenko und hier die 20, Kevin Magnussen, derjenige war es also, der vorbeigegangen ist an Nigel Melka. Magnussen ist Melka vorgefahren und dahinter André Negrao, der nächste Ausrutscher in der Schikane von Lesmo, Lukas Foresti. Daniel Mofe, sein Teamkollege bereits ausgeschrieben, Foresti steht nun ebenfalls reichlich unglücklich, aufs Korn genommen worden, allerdings nach einem Reifenschaden oder ist der Reifen aufgeschlitzt.